Herz im Harz. Das Memory Hotel in Braunlage ist der perfekte Ort für Ihre nächste Auszeit. Von köstlicher Kulinarik bis zu entspannter Erholung. Genießen Sie bei uns einen Urlaub in malerischer Umgebung. Ob Skifahren oder Wandern, unsere zentrale Lage macht es für Sie unkompliziert und fußläufig erreichbar. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017